Liebe Träder, es ist Montag, der 24. Juni 2024. Mein Name ist Dirk Legan und ich begrüße euch heute zu unserem Loro-Mandi-Meeting. Ich denke mir, das wird heute ein relativ kurzes Meeting, aber ein wichtiges Thema. Und zwar, wie parke ich Geld und vor allem, wie parke ich systematisch? Also ich habe mir da auch noch mal einiges an Gedanken gemacht und das wollte ich heute euch zeigen, wie ich das mache. Ich glaube, ich brauche kein Disclaimer, dass, wie gesagt, ich zeige, wie ich das mache. Das heißt also nicht, dass ihr das auch so machen müsst und wenn ja, dann eben doch eigene Verantwortung. Aber ich denke, mir ist ein wichtiges Thema und das wollte ich heute euch präsentieren. Von euch kommt, glaube ich, schon die Rückmeldung, ob Bild und Ton, super, ist in Ordnung, wird auch wie immer aufgezeichnet. Und dass man sich das auch im Nachgang dann in Ruhe angucken kann auf meinem YouTube-Channel. Okay, also die Fragestellung hatten wir schon, wie parke ich freies Kapital? Natürlich darf das nicht sein, was sich stark bewegt, beziehungsweise sich vor allem nicht stark nach unten bewegt, weil wir wollen ja möglichst sicher unser Geld parken und dafür wollen wir im Prinzip einen vernünftigen Zins bekommen. Okay, also wo mache ich das, wo parke ich mein Geld? Ich habe zwei Vehikel und zwar nutze ich hier ITS, das ist einmal SHY. Warte mal, ich suche mal was zum Zeichnen. Also SHY, das sind die ein- bis dreijährigen Treasury Bonds, US Treasury Bond und zwar in Form eines ITS. Oder in BIL, das sind die T-Bills, ein- bis drei Monate T-Bill ITS. Ich mache es nicht direkt als Bond, sondern wie gesagt, benutze hier die entsprechenden ITS. Gucken wir uns die einmal an. Ich habe das hier verlinkt. In TradingView und zwar bei der ganzen Geschichte, ich vergrößere das mal auf Jahressicht. Es ist wichtig hier im TradingView, dass wir hier Adjusted einstellen. Also jetzt haben wir hier SHY voreingestellt, BIL gucken wir uns auch gleich an. Und da sehen wir mit den Ausschüttungen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. In Form von Dividenden haben wir ja in der Regel einen Aufwärtstrend. Nimmt man das raus, dann haben wir eher einen Abwärtstrend oder eine Seitwärtsbewegung. Also so ein ITS lebt von der Ausschüttung. Bei T-Bills wird das gleich noch deutlicher. Und ich mache das mal wieder adjustiert zurück. Das ist wie gesagt hier unten der Button, unten rechts ADJ. Und wenn es auf Deutsch steht, dann glaube ich irgendwie, keine Ahnung. Ausschüttend oder was auch immer. Okay, was wir wichtig ist, was wir sehen, ist hier das Dividendenzeichen. Und zwar sehen wir, das erfolgt in der Regel am ersten Börsentag des Monats. Also der sogenannte Ex-Dividend-Day. Da erfolgt die Ausschüttung. Und da sehen wir auch, wenn wir dies Adjusted wieder rausnehmen. Also hier haben wir so einen Dividendentag. Das ist dann letztendlich die Minimierung des ITFs. Und entsprechend die Dividende. Das ist keine richtige Dividende, sondern es sind natürlich Einnahmen über Zinseinnahmen, über die entsprechenden Bonds. Und gehen wir mal wieder zurück. Also in der Regel wird das, wie gesagt, auch bei T-Bills, werden wir gleich sehen, am ersten des Monats ausgeschüttet. Es gibt hier einen Sonderfall, der aber auch regelmäßig ist. Und das sehen wir hier im Dezember. Also am ersten gibt es Dividende. Und dann irgendwo in der Mitte, kann man hier raufklicken, das war dann am 14. Dezember, gibt es dann eine Ausschüttung. Das wird mal vorverlegt im Dezember. Warum, weiß ich gar nicht. Spielt auch keine Rolle für uns. Also im Dezember gibt es einen Sonderfall. Dafür gibt es dann nicht im Januar eine Ausschüttung, sondern wie gesagt, im Dezember ein kleiner Sonderfall. Im Hinterkopf behalten, Anfang des Monats und dann nochmal Mitte des Monats, dafür im Januar nicht. Gucken wir in der T-Bills mal an. Da ist das noch deutlicher zu sehen. Hier sehen wir genau denselben Effekt übrigens auch. Dezember haben wir auch hier diese sogenannte Sonderausschüttung oder vorgezogene Ausschüttung. Vielleicht machen sie es deswegen, weil sie dann irgendwie endauf hier dann weniger Arbeit haben und dann einmal abrechnen. Aber was weiß ich. Also adjussiert sie das alles wunderbar aus. Hat man das nicht an, dann erschreckt man sich vielleicht am Anfang. Da haben wir immer wieder diesen Verlauf. Immer jeden Monat bei der Dividende gibt es dann halt diesen Abschlag. Natürlich dieser Abschlag erfolgt natürlich als Zinsgutschrift auf eurem Konto, wenn ihr das über diesen Tag haltet. Und danach geht es dann in der Regel bis zum nächsten Termin, den ganzen Monat nach oben. Der Klassiker T-Bills sind ja so gepreist, dass sie am Ende zu 100% ausgezahlt werden und so verfolgt. Aber so sieht das dann eben hier aus und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Wenn man das dann, diese Kette zusammenhängt, diesen Chart, dann haben wir eben diesen schönen, ruhigen Chartverlauf. Und deswegen ist auch dieses T-Build und SHY sehr gut geeignet, um Geld zu packen. So, und jetzt kommen wir zur Praxis, aber erzähle euch vielleicht als erstes das Regelwerk, wie ich vorgehe. Und zwar, ich mache das nochmal nicht adjustiert. Was bei mir die Problematik ist und ja, was auch nicht so ideal ist für euch, ist, wenn die Quellensteuer, die hier natürlich anfällt, wenn ihr also diesen Move mitmacht, also nochmal den Abschlag im Chart, im Kurs und dann nochmal die Gutschrift auf dem Konto, die dann auch noch ein bisschen zeitverzögert erfolgt. Aber anyway, also hier fallen dann Quellensteuer an Steuern an, 15% auf den Abschlag. Das könnt ihr euch zum Teil dann wiederholen. Bei mir ist es schlecht, weil ich mache ja keine Steuererklärung oder irgendein Blödsinn, aber deswegen vermeide ich diesen Abschlag. Ich denke mir, das ist auch praktikabler. Also, was mache ich zum Parken? Relativ einfach, greifen wir schon mal vorweg fürs Regelwerk. Ich verkaufe, machen wir erstmal den Verkauf, am letzten Tag des Monats stelle ich meine T-Bills glatt, dann habe ich an der Regel auch meine Rotationsmodelle, sodass ich dann auch weiß, wie viel Kapital frei ist und die zum Algorithmus kommen wir dann gleich, parke ich entweder in BIL oder SHY. Und wann kaufe ich die? Und zwar End of Day beim ersten Tag des Tages, wo dann dieser Dividendenabschlag ist. Okay, im Dezember muss man halt ein bisschen aufpassen, daran hat man auch ein bisschen mehr Zeit, das laufen zu lassen, aber der normale Algorithmus verkaufen, End of Month, dann hat man eben den Vorteil, dass man dieses ganze Quellensteuergewusel nicht hat, bei mir spare ich dann wirklich auch die Kohle und was mich interessiert, ist eigentlich nur diese Aufwärtsbewegung, die wir hier von links unten immer schön nach rechts oben sehen. Dieses Ding schenke ich mir, das heißt, verkaufen End of Month, kaufen End of Day beim ersten Börsentag des Monats, wo dann die Dividende ausgeschüttet wird und dann im Dezember kann man das Spielchen dann zweimal machen, also hier in diesem Bereich, oder beziehungsweise lässt den ersten Move halt aus und fängt dann erst Mitte Dezember an. Das geht natürlich auch. So, jetzt hängen wir das mal wieder zusammen und jetzt kommen wir auf den Algorithmus. Wonah wähle ich denn aus? Wieder zurück zu meinen Notizen. Also, wie wähle ich aus? Und zwar gucke ich dann immer, wenn ich, also am Anfang des Monats stehe, welcher ist besser gelaufen und zwar bezogen auf die letzten, auf das Rate of Change der letzten 250 Tage. Also, es ist etwa ein Jahr. Wenn das größer Null ist, dann wird der Beste, achso, das ist die Bedingung, sorry, fang nochmal an, das war nicht ganz korrekt. Also, Rate of Change, das ein Jahr muss größer Null sein, das ist in, ja, 95% der Normalfall, ne, das ist erfüllt und auswählen tue ich über etwa, ja, sind zwei, drei Monate, drei Monate sagen wir mal, Rate of Change der letzten 60 Börsentage, ne, welcher davon besser ist, den wähle ich aus. Und Exit hat hier schon gesagt, end of month, add close. Und wenn man dazu einen Backtest macht, dann gehe ich auf eure Fragen ein, dann sind wir auch schon bald durch. Dann sehen wir hier schon bereits den Backtest, also genau dieser Algorithmus, wir können hier auch nochmal in das Skript reingucken, das ist kein Hexenwerk, relativ trivial, ne, also, wenn wir end of, im neuen Monat sind, ne, dann guckt er halt nach, ne, ist diese Bedingung erfüllt, ne, in einem Jahr sollte das positiv sein, ist wie gesagt eigentlich immer der Fall und dann wird hier ausgewählt nach dem besten Rate of Change der letzten 60 Tage. Das überprüfe ich halt und wähle dann aus, entweder SHY oder BIL. So, und wenn man das testet, das ist jetzt nicht gigantisch, was dabei rauskommt, aber es reicht eben erstmal, wie wir hier sehen, eine schöne, ruhige Vermögensprobe zu erstellen. Hellgrün ist immer dann, wenn wir aktiv sind, also wenn wir positioniert sind. Ihr seht hier diesen kleinen, ja, eher dunkelgrüneren Strich, das ist sozusagen dieser Tag, dieser Ex-Dividend-Tag, den ich nicht mitmache in diesem Modell. Ihr seht hier, dieser 250-Tage-Filter hat zwischendurch mal gegriffen, das ist hier mal so eine längere Fläche, das war zum Beispiel 2022, so ein bisschen, 21, 22, also da gibt es dann mal so Phasen, wo das dann mehr oder weniger aus ist. Kann man sich überlegen, ob man dann irgendwo anders parkt, aber im Wesentlichen seht ihr hier eine ruhige Vermögenskurve. Mal sehen, ob ich das logarithmisch, na, das bringt keinen Mehrwert. Aber ihr seht, das ist genau dieser Effekt. Gucken wir uns das mal auf, ja, Jahresbasis an. Ihr seht, das bringt jetzt nicht gigantische Performance, aber immerhin hier so 2008 immerhin 5%, 2007 beinahe 6% und natürlich, dass die Zinsen eben zuerst angezogen sind, hatten wir mit diesem Modell 2023 beinahe 4% und dieses Jahr sind wir auch schon bald wieder, na ja, nicht ganz, aber bald, dann machen wir es genau, 1,63% mit heutigem Tag. Und ihr seht, gut, es gab mal 2013, 2021 ein kleines Minus, aber im Wesentlichen kommt dann eben, wenn man so vorgeht, ein kleines Plus, sagen wir mal, zwischen 2 und 4% per anno zustande und das kann man eben noch zusätzlich mitnehmen. So, jetzt gucke ich mal auf eure Frage. Anpassung, worauf beziehst du dich jetzt? Anpassung, ja, hier steht nur Anpassung, kann ich jetzt nicht als Frage umsetzen, aber ist ja relativ leicht zu verstehen. Wie gesagt, die Besonderheit ist eben, ich wähle entweder SHY oder T-Bills aus, also besser gesagt die ITS und dann eben diese Besonderheit, dass ich eben End of Months verkaufe und diesen Abschlag, auch wenn ihr mir nicht wehtut, aber durch diese Quellensteuer, die erhoben wird, tut es mir dann doch weh, weil ich kann sie mir nicht wiederholen. Deswegen vermeide ich sie und es hat, denke ich mir, für euch auch Vorteile, ihr habt dann weniger Quellensteuer und einen klaren, einfachen Algorithmus, die Dividende haut da nicht rein. So, jetzt gibt es da, ist BIL oder SHY besser als TLT? Nein, also im Vergleich natürlich, TLT ist allerdings auch volatiler, man könnte jetzt sagen, hey, TLT, wenn es halt besser läuft, TLT aus, aber das ist jetzt nichts zum Parken. Diese kurzlaufenden Anleihen, sowohl jetzt die T-Bills als auch die Staatsanleihen ein bis drei-Jährigen sind halt dazu, sind letztendlich bekanntermaßen nicht allzu volatil, deswegen sind sie geeignet zum Geldparken. TLT kann man in anderen Modellen, also TLT, für die das nicht wissen, sind sie 20, also 20 plus US-Staatsanleihen, das ITF dazu heißt dann TLT, hat eben, ja, sehr volatil, also mehr volatil als BIL und SHY und jetzt nicht für so ein kurzfristiges Parken geeignet, weil das kann durchaus dann mal in dieser Phase, wo man vielleicht für einen Monat das Geld parkt, dann eben auch sehr stark negativ sein, dass diesen Effekt man eigentlich nicht hier, ne, wir können ja mal ausprobieren, wenn ich das hier mal auf monatlich schalte, wie viele Gewinnmonate haben wir und wie viele Verlustmonate, ähm, ja, da rechnet immer falsch, also 0 Monate nimmt er auch immerhin, ja, das dachte der Wert wäre höher, ne, wir haben hier am Anfang auch mal ein paar Monate, wo es dann mal runter geht, ne, und, aber das Problem ist, er rechnet hier an 0, wo gar nicht investiert wird, rechnet er negativ, ne, deswegen ist eigentlich dieser Prozentwert höher, also haben wir mal so 70% oder 75% aller Monatsparkgeschichten sind positiv, wenn man das im TLT machen würde, würde dieser Prozentwert deutlich anders aussehen, das heißt nicht, dass man dadurch, äh, dadurch erreicht, man kann das treten mit anderen Modellen, was ich ja auch mache, das ist aber nicht zum Parken gedacht, ne, also um, alternativ könnte man irgendwelche, ja, Geldfonds nehmen, wobei ich damit, damals, als ich das noch in, ja, lange ist es her, in Deutschland angewendet habe, ich glaube bei Ebays, da hatte ich auch so viele, einige Geldmarktfonds, wo ich Geld gepackt hatte, ja, die haben aber auch nicht so richtig funktioniert, also da würde ich eher von abraten, da ist man mit solchen kurzlaufenden Anleihen, beziehungsweise ETFs in diesem Fall, die das abbilden, viel, viel besser bedient und ist dann auch, möchte ja auch, wenn ich, ich möchte einfach nochmal Geld kurzfristig anlegen und dann so ein paar, ein paar Zinsen bei rüberkommen, das ist mein Ziel und ich möchte jetzt nicht da noch irgendwie, ähm, irgendwelche Verluste da generieren oder irgendwas, ich möchte wirklich sicher mein Geld da irgendwo ablegen. Okay, einfaches Modell, denke ich mir, ähm, wollte ich euch mal vorstellen, das hatte ich, das betrabe ich jetzt schon eine ganze Weile, bin damit sehr zufrieden, finde ich gut und hat bisher auch immer gut funktioniert, natürlich, wenn die Zinsen mal wieder runtergefahren werden, dann haben wir auch nicht so tolle Möglichkeit, dort Geld zu parken, aber immerhin, wenn natürlich von euch jemand dann auch bessere Möglichkeiten hat, gerne dann, ja, die Info an mich und ja, dann würde ich sagen, war es heute kurz und schmerzlos, bin ja auch gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen, war auf einen Kurztrip, fünf Tage jetzt unterwegs in Kabarete, war sehr schön und ja, deswegen heute nicht so ein langes Thema, aber ein wichtiges Thema. Ja, dann würde ich sagen, macht es gut, erfolgreiche Restwoche, sowohl beim Trading, auch aus sonst und dann, Gruß aus der Karibik, bis nächste Woche dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.